ein herzliches willkommen ich bin der dunkle ritter in saints row the third ja wir haben uns wieder umgezogen und wir nehmen neuen auftrag an wenn ich jetzt wüsste wie man hier einmal bargeld einsacken dann noch nehmen wir kein auftrag an denn ich will gleich eine neue waffe auch versuchen die auch im dlc dabei war manchmal den hier gehen ja auch nicht ist denn die nö da ist sie hi-o-matik kann hier waffen verbessern auch schon muss ich ihn wappen laden muss ich nur kurz meine uhr abnehmen vorbereitet dass ich auch was sehe wie lange wir aufnehmen nicht dass ich jemals drauf schauen würde aber komm her du okay gut dann nehmen wir neuen auftrag an was haben wir denn verbesserung hätten wir auch welche schaden verringern den scheinen durchkugeln naja kampf wo ist denn hier auch so hier ist das munition gewehr mit geld habe ich jetzt noch 11.000 ich hab nicht genug geld gut dann neuer auftrag schauen den im paus korn blut 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 holen wir uns gleich mal nehmen wir gleich unseren oh boy ich muss hier leider muss ich hier die musik ausmachen denn sonst wisst ihr ja was passiert ne ach der baut sich auch so schön zusammen gut dass jetzt jetzt so freundlich im baum hängen geblieben ist ich bin der dark knight das ist der bett ich glaube hier muss ich landen blut blut drehen 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 und runter und da wund wunderschön gelandet vor der haustür was haben wir hier da schauen die 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 ich als ritter braucht sowieso keine angst haben was ich auch sehr schön finde ist dass sie auch die klappe geräusche beim bewegen eingebaut haben also sie haben nicht nur das optische eingebaut sondern auch das akustische zur ritter rüstung wie man hört und ich sollte mir hier mal die knall ich nehme jetzt eigentlich die pistolen am liebsten denn wir sind schon fast am besten so dass ich schon nicht schon die schon die lebst du immer noch und immer noch oh ja das würde ich eigentlich ja er bei ist ja zu klettere mal hoch ja das war jetzt aber nicht so hoch ich komme nicht über die laterne ach jetzt habe ich vergessen wir könnten ja mal ne 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 den hier ausversuchen mal sehen was da passiert ja das ist gut gleich zwei auf einmal da drüben ist er und gleich ja auch noch mal gott ich liebe dieses verdammte spiel noch einer sniper noch einer hier irgendwo war doch noch so ein laser ding ich könnte auch auf aufs radar gucken kann ich eigentlich auch irgendwie das sind die granaten kann ich nicht hier eigentlich auch irgendwie die die eine auch noch Oh, das kann nicht gut sein. Minigun! Anscheinend gar nix. Gott. Laufen wir doch nicht ins Feuer, du Horace. Ja, durch die ganzen Deals ist es natürlich einfacher geworden, aber... Ich werde immer gewöhnen. Hör auf, ich werde dich da hin. Was ist das jetzt? Die lebt noch! Wohl zum Teufel! Ich weiß nicht. Oh, da oben. Als nächstes wird er mal in den Waffenladen gefahren und da dann mal ein paar Gnanen aufgebessert. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Hier rein! Ja, eine Granate rein in den Haufen. Scheiße! Noch eine. Da. Die ist schon hinüber. Dann schauen wir mal hoch. Wenn du zurücklässt, geh' dich zurück! Was passiert eigentlich, wenn ich mit der hier oben rumballere? Kommt dann der Hai durch die Luft? Ach, herrlich. Gott, das geht dann doch... Ach, er kommt nicht hoch. Obwohl der Boden immer noch Oh oh, oh oh, oh oh, taktischer Rückzug, geh weg, geh weg, geh doch beide weg hier Zwei Schuss, komm schon, hoch meinen Kopf, ach du Mieser, das wollte ich doch gar nicht Oh Duah, nimm das Guter Schütze Oh, da ist irgendwo, wo ist er, wo ist er, wo ist er, da unten ist er Wo denn, ich muss mich mal kurz hier verstecken Guter Lebst du noch, hallo, lebst du noch, hallo, nöppelpersen Ach, wie schön die auch da in der Reihe rumstehen Da unten sind schon wieder welche, oder was Ne, da hinten Gut, ich glaub, das ist so ein endlos Ding, wir schauen jetzt einfach mal hier rein Lalalala Das ist so ein endlos Ding Oh Wo Wo Ja, oh, der lebt noch, der lebt noch Jetzt stirbt doch Ja, wie, boah Ich hätte mir ein Scharfschützengewehr mitnehmen sollen Oh, 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 die sehen mich immer noch Ja Zeit, um zu reload Du Scheiße Wie viel Verträgt denn der kleine Sack hier Ja Das ist aber mal Schluss Da ist der, wo zielt er hin Da ist schon wieder so ein Glatzkopf Da Da Wir müssen, ey Wird es fehlgeschlagen? Nö Wir müssen echt mal zum Waffenladen Und da mal Die Gnaden ein bisschen aufwerten Das werden wir jetzt auch gleich mal machen So, wo ist denn hier? Karte, Karte, Karte Der nächste Waffenladen ist hier Start-up-Sequenz startet Mhhh 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 Jiiiha Boah Ach, ich find das so geil, wie sich das Ding zusammenbaut Wie sich das alles anhört Power Mode engaged Ups Er ist schön geparkt Und der merkt auch so cool, wenn man hier auf dem Boden zukommt Auf dem Boden Dann Mitten auf der Kreuzung, so wie ich es auch zu Hause mache For Sale Wir könnten uns das kaufen Wie viel kostet denn das? 5000 Ja, das tut uns auch nicht weh Dann bekommen wir Rabatt da drin nämlich So Ey, ist da gerade jemand in mein Chat reingefahren? So Bum, 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 bum Verbessern Die würde ich gerne ausbauen Yeah Und das Ding würde ich auch gerne noch weiter ausbauen Äh, äh, äh Schade Aber ich könnte Munition Oh, was Und Granaten könnte ich auch kaufen Hm Gut Ähm, vielleicht kann ich die hier noch verbessern Preis Ach, ich habe überhaupt nur noch 8000 Aber Mh Mh Wo haben wir denn Nö 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 Auch nicht Gut, ähm, dann muss ich die eine Waffe noch freischalten Denn ich habe nämlich noch ein Scharfschützengewehr Ja Und jetzt haben wir nämlich Explosivgeschosse hier drin Too easy Da, wo ist mein Chat? Ach, da steht immer noch da Schön Dann nehmen wir gleich noch einen Auftrag an So, was haben wir jetzt noch für einen Auftrag? Haben wir Bargeld auch? Bargeld haben wir auch! Könnte ich eigentlich gleich noch mal Nächster hätte ich vor einen Kontrollen sind Dann schau Was machst du? Oi! Vielleicht noch mal hier rein und gleich weiter verbessern Mhm 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 Ja Jetzt haben wir aber wirklich Kohle wieder rausgehauen Nur für euch So So Und jetzt nehmen wir den nächsten Auftrag an Kann ich mir noch? Ne, mit 400 und 800 kann ich mir nix mehr kaufen Piers, das belgische Problem Ach, das letzte Mal habe ich ja gedacht Jetzt kommt schon Das Ach egal, das packen wir noch drauf rein Ja, Stromleitungen, mein Feind Oh Oh Der pfeift jetzt schon Das könnte ein Problem sein Ich kann auch nicht mehr kontrollieren Oh Ich kann ihn auch nicht mehr lenken jetzt Der explodiert gleich, aber ich will noch hier rüber kommen, dass ich wenigstens mit dem Fallschirm abspringen kann Hmmmm Komm schon Und raus Ein Ritter mit Fallschirmen, das hat man sicher auch noch nicht so oft gesehen Ja, jetzt kommt nämlich ein Boss-Fight Punkt Ah, ich bin gegen die Laterne geflogen Das passiert mir im echten Leben auch immer So Jetzt holen wir uns den Franzosen, äh, Belgier Mal einen Schluck nehmen Die Ritterrüstung Ah, das ist ein bisschen groß für dich Gib mir die verdammte Schuhe, Pierce Okay Ja, ich muss jetzt wieder drüber labern, denn ansonsten wird das wieder alles gesperrt wegen der Musik Aber es sieht schon recht geil aus, wie die da jetzt um die Ecken kommen Ach, es ist cool das Spiel Ich kann es echt jedem empfehlen Hat jemand von euch draußen das schon gespielt? Ich weiß nicht, habe ich das schon mal gefragt? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare Vielleicht hat ja mal jemand Lust, das mitzuspielen Bin ich natürlich immer gewillt Falls ihr das noch nicht habt und es haben wollt Auf Steam gibt's das jetzt das Komplett Completed Pack Um 20 Euro, glaube ich Also da ist wirklich dann alles drin Da sind alle Waffen drin, alle, alle Kostüme und blutblut Ich weiß nicht, nicht alles Na, 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 na Der Breakdance Chat Wir müssen wieder Musik ausmachen Jim, die Nein, 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 nein Schauen wir mal, können wir hier eigentlich auch Ach, che, nicht, nein, 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 nein Dürfte nicht sehen fahrzeuglieferung das telefon war jetzt eine scheiß idee mit level 39 kann man sich dann auch ein wie toll liefern lassen also den chat den komischen mein fehler tauschen wir versicherungsdetails aus ich war mal hier ist sicherer für mich tut mir leid tschuldigung kann mal passieren aufbauanfall das war nicht meine schuld aus dem weg ich hab doch das ist ein Lowrider ich hab doch gehoopt wissen warum schießen die jetzt oder warum halten die die Waffen nur Baustelle aber schön umfahren wie ein Profi wow ich hab doch nichts gemacht ach jetzt ja schießt doch sorry der Ritter weiß so jetzt sind wir aber da ups tut mir leid das war mein Fehler ich wollte nur einparken nur einparken na dann mal raus oder auch nicht doch ja jetzt haben sie schon power mit dem explosiv geschossen geht es dann schon ganz rund hier da ist noch irgendwo eine eine nicht runter na was Oh shit! Lad nach, lad nach! Ja, aber auch mit den... Pistolen ist ja auch kein Problem. Was ist jetzt los? Okay. Ja. Da war wohl die Animation zu Ende. Äh, ja. Aber, wie es hier dann weitergeht, das ist ein riesengroßer Cliffhanger. Hallo, da hat doch gerade was gewackelt. Das seht ihr in der nächsten Folge. Ciao, Leute! Äh. Was bin ich denn? Okay. Sú d